So, und weiter geht's. So, gut, den haben wir schon geschafft, was können wir denn fahren, hier unten ist noch ein Rennen, was heißt hier unten Zeit fahren muss, an die Drift, okay. Dann gucken wir uns das mal an. Dann nehmen wir das noch in Street Art, was wir mitnehmen wollen. Oder müssen, können, wer auch noch. Nehmen wir mal mit. Müssen wir gar nicht tauschen, das Auto, sondern versuchen wir es mal mit dem hier. Das ist eigentlich auch okay. Der ist ein Powerrunner. Das ist 37.000, ich hoffe. Das ist ein Powerrunner. Das ist ein Powerrunner. Das ist ein Powerrunner. Das ist ein Powerrunner. Ich glaube, das geht mal hin. Haben wir schon. Warte mal. Scheiße, der fährt genau unsere Route, der Typ. Ich kann sagen, es hat er doch geradeaus weitergefahren. Glück gehabt. 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 Gut. 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 Dann geht das jetzt hier weiter. Gut. 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 Dann geht das jetzt mal. Der kommt aber immer so ganz dringend verschwinden. So. Gut. Nehmen wir es mit. So können wir einfach kurz vorbei an den Jungs. Und führen wieder. So können wir es mit. Dann holen wir uns Jungs mal da vorne. 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 So, sicher ist sicher. So, BMW, Mercedes 10-Klasse, Camaro, Porsche 911, Alfa, den Jaguar, Mercedes AMG, BMW i8, Porsche Panamera, und den Lambo. Gut, dann noch mal genug, erstmal einige Autos. Wir bleiben jetzt mal in der Nacht zu leveln. So, haben wir noch nicht mehr Rennen. Da oben ist die 1. Uh, da brauchen wir jetzt mal eine 40, okay, das haben wir leider noch nicht. Haben wir noch hier so ein paar Rennen. 2. 20, nehmen wir den da oben mit. Uh, sprühen wir da hin. What? Vorsicht! Also, wir haben einen da oben. Und wir werden da oben. So, wird das in der Fall. So, wir werden hier ist Alright. So, wir werden das hier oben. So, wir gehen, besonders viel Platz. So, ich nehme dich. So, wir werden das wieder auf den Outlook. Und wir werden das zu sehen. So, wir werden das hier oben weg. Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 und die 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 ZDF, 2020 Vielen Dank.